Ein Desaster ist geschehen. Es hat das Beben angefangen und etwas hat sich durch den Asphalt gebohrt und ist schließlich im Central Dome explodiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Für sieben Jahre haben wir versucht, unsere Technologien weiterzuentwickeln. Was ist geschehen? Lag es an den Problemen, die neulich aufgetreten sind.